Einen wundervollen, entspannten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem weiteren Tutorial Wie installiere ich Kali Linux in einer virtuellen Maschine, beziehungsweise als virtuelle Maschine? Ja, viele von euch haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich dazu vielleicht nochmal ein Tutorial machen könnte. Ich habe zwar schon eins, das wissen wahrscheinlich die meisten noch nicht, aber es ist nicht mehr ganz so up to date. Es hat sich ein bisschen was verändert und im Endeffekt ist es einfacher geworden für euch. Die meisten wollen höchstwahrscheinlich Kali Linux als virtuelle Maschine installieren und das würde ich euch auch empfehlen. Kali Linux ist ein Linux zum Penetration Testing. Das heißt, ihr macht damit im Endeffekt nichts außer Hacken, wenn ihr so wollt. Und ansonsten eigentlich quasi gar nichts am besten, denn Kali ist nicht darauf ausgelegt, ein Produktivsystem zu sein. Kali ist wirklich zum Pentesting gedacht und zu sonst eigentlich nicht viel. Das ist auch gut so. Jedes Linux hat seine Daseinsberechtigung. Kali ist der Standard für Pentesting und hat alle Tools installiert, aber ansonsten halt nicht viel. Wenn ihr jetzt nach einem richtigen Linux-System sucht, dann schaut euch bitte in meiner Linux-Vergleiche-Playlist um. Die werde ich verlinken hier. Und dort findet ihr dann irgendwelche anderen Alternativen für euch, was auch immer ihr gerade haben wollt. Ich empfehle momentan als normales Desktop-Betriebssystem ganz gerne Manjaro Linux. Allerdings ist das Stand April 2019. Das heißt, es kann sich ändern, aber aktuell ist das ziemlich gut. Wenn ihr allerdings Kali Linux jetzt installieren wollt, dann wahrscheinlich als virtuelle Maschine. Denn eine virtuelle Maschine ist sozusagen wie ein Betriebssystem in einem Betriebssystem. Das heißt, ihr habt euer Windows laufen und im Hintergrund läuft halt einfach ein Kali Linux als Fenster. Das heißt, ihr könnt in diesem Kali Linux auch Fenster erstellen und so weiter und so fort. Ganz normal alles machen, was ihr auch so machen könntet. Nur eben nicht so, dass ihr nur Kali am Laufen habt, sondern ihr habt eben auch noch ein Windows nebenher am Laufen. Und das ist halt super angenehm. Deswegen zeige ich euch heute, wie das geht. Und zwar Stand 2019 April, weil es ist einfacher geworden tatsächlich. So, als erstes werdet ihr VirtualBox brauchen. Das ist das Einzige, was ihr wirklich installieren müsst in dem Sinne. Und es ist super easy. Das heißt, ihr geht hier auf das, was ihr besetzt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich ein Windows, die meisten von euch. Deswegen geht hier auf Windows Hosts. Manche von euch werden vielleicht auch ein OSX haben oder Linux. Da ist ein Paketquellen drin. Oder Solaris. Dann einfach jeweils hier draufklicken, was ihr eben braucht. Und wenn ihr Windows habt, einfach draufklicken. Und dann seht ihr hier, ihr müsst eine Datei runterladen und dann speichern. Das ist eine Punkt-Exit-Datei. Das heißt, eine ausführbare Datei. Einfach Doppelklick drauf machen und dann den Anweisungen folgen. Nachdem ihr sie runtergeladen habt, wohlgemerkt. Und schon habt ihr VirtualBox installiert. Also einfach immer zulassen und Ja klicken und so weiter und so fort. Dann habt ihr VirtualBox. VirtualBox sieht ungefähr dann so aus. Nur, dass ihr diese vier Maschinen hier nicht haben solltet. Das sind quasi alles virtuelle Maschinen, die ich hier gerade habe. Ich habe sogar neben mir eine laufen, was ein Windows ist. Ich habe ein Linux, aber da läuft ein Windows im Hintergrund sozusagen. Und ja, ihr solltet eigentlich jetzt hier keine Maschine haben. Aber ihr könnt zum Beispiel auf Neu klicken, eine Neu erstellen und so weiter. Und so brauchen wir nicht machen. Muss euch hier auch alles nicht sagen. Ihr habt das höchstwahrscheinlich nicht. Aber es sollte ungefähr so aussehen. Also quasi ein leeres Fenster, wo hier oben Neu ändern und Starten zum Beispiel steht. Wobei Starten ausgekaut sein wird. Und Ändern auch. Genau, das ist der erste Schritt, den ihr wichtig gemacht haben solltet. Und dann, nächster Schritt ist, ihr müsst Kali Linux runterladen. Dazu geht ihr hier auf kali.org slash downloads slash und könnt dann hier auswählen, was ihr herunterladen wollt. Ihr habt hier die Wahl zwischen mehreren verschiedenen Systemen. Und die braucht ihr auch alle, wenn ihr das Ganze selbst herunterladen wollt sozusagen oder auch selbst installieren wollt. Das ist allerdings relativ kompliziert, deswegen, also was heißt relativ kompliziert, das ist schon machbar. Aber es ist nicht ganz so einfach. Für uns am allereinfachsten ist das hier. Wir laden uns einfach direkt das fertige Image runter, so nennt sich das. Das wir brauchen, um einfach das Ganze mit VirtualBox abspielen lassen zu können. Und das heißt, wir wollen das Ding hier haben, 64 Bit und zwar in einer VirtualBox. Es gibt auch VMWare, das ist eine Alternative zu VBox, aber wir brauchen hier VBox, weil VBox nichts kostet. So einfach ist das. Es gibt auch kostenlose Varianten von VMWare, aber ja. Okay, das heißt, ihr klickt hier auf Available on the Offensive Security Download Page, was euch genau hierher führt. Und hier könnt ihr runterladen, was auch immer ihr gerade begehrt. Das heißt, ihr habt hier die VirtualBox Images und klickt hier auf diese wundervolle Datei drauf. Und das heißt, es öffnet sich ein Download Dialog, Kali-Linux-2019.1 oder vielleicht ein klein bisschen eine spätere Variante, minus VBox minus AMD64, wenn ihr 64 Bit habt, was die allermeisten von euch haben sollten. Und dann .ova, also .ova, das ist das Format, das ihr braucht, wenn ihr ein Image in VirtualBox quasi einlesen lassen wollt. Und dann klickt ihr hier auf Speichern. Dann lädt das ganze Ding erstmal eine Weile runter. Das sind 4 GB, dauert ein bisschen. Alternativ könnt ihr das Ganze auch als Torrent runterladen. Keine Sorge, das ist nicht illegal. Das ist absolut legal. Ihr dürft sowohl dieses Betriebssystem besitzen, als auch ein Torrent runterladen und auch hochladen. Das ist absolut legal, weil diese Software kostenlos und gratis für alle ist. Das heißt, ihr könnt hier genauso gut einen Torrent runterladen. Das entlastet die Server von Offensive Security. Mache ich immer ganz gerne. Dann kann man denen auch ein bisschen was zurückgeben für ihre harte Arbeit. Und ihr braucht eure Internetleitung sowieso nicht die ganze Zeit. Das heißt, ihr stellt quasi auch im Hintergrund noch anderen diese Datei wieder zur Verfügung. Was gut ist für die Gemeinschaft. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr eine .ova-Datei. So, und dann bekommt ihr dieses wunderbare kleine Dingchen hier. Diese .ova, die ich gerade euch schon erzählt habe. Jetzt hat es endlich bei mir auch mal fertig geladen. Hat 4 Stunden gedauert. Ja, meine Internetleitung sackt ein bisschen momentan. Aber okay. Gut, und dann einfach tatsächlich einen Doppelklick benutzen, um das Ding zu starten. Oder hier in VirtualBox einfach per Drag & Drop reinziehen. Super easy eigentlich. Okay, dann sehen wir hier auch, was genau das eigentlich ist. Produkt URL Kali.org. Okay, sieht richtig aus. Dann sehen wir hier Offensive Security. Sieht auch richtig aus als Hersteller. Da haben wir immerhin das Ding her. Hersteller URL Offensive Security bekommen. Okay, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Gut, also was machen wir? Wir klicken auf Importieren. Und wir warten ein bisschen. Und wir warten länger. Und das dauert ein bisschen. Da müsst ihr nochmal Geduld haben. Und ja, ich weiß, das ist viel mit Geduld verbunden. Aber es ist super easy. Deswegen müsst ihr quasi nichts machen. Und die sind noch drei Minuten. Ihr seht schon, die gehen ein bisschen hoch. Deswegen mache ich hier nochmal einen Cut. Bis gleich. Cool. Und dann findet ihr hier eine weitere virtuelle Maschine. Hier unten bei euch ist sie wahrscheinlich ganz oben. Also halt quasi Kali-Linux-2019.1. Das ist das, was wir hier haben. Und dann seht ihr hier auch schon einige Einstellungen. Wir gehen hier mal auch kurz auf Rechtsklick und dann ändern. Dann können wir hier auch was anpassen. Ich könnte dem Ding nämlich so viel Leistung geben, wie ihr das wollt. Also ich habe den Teil jetzt hier. Das ist der Standard 2048 Megabyte Arbeitsspeicher gegeben. Ich habe insgesamt 12 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Zwei gehen für Kali drauf. Das reicht Kali völlig aus. Am Prozessor habe ich ein CPU-Kern. Könnt ihr so viel machen, wie ihr eben braucht. Achtung, vier CPU-Kerne sollte, also die Hälfte der CPU-Kerne könnte man vielleicht noch da lassen für das Hauptsystem. Windows braucht auch ein bisschen was. Das ist eigentlich alles ganz okay. Was bei mir hier allerdings ein bisschen Probleme gemacht hat, ist hier unter USB. Da muss ich immer auf USB 1.1 gehen. Ansonsten habe ich hier Schwierigkeiten und ich müsste vorher noch ein paar Treiber installieren. Bei euch kann es gut sein, dass USB 2.0 funktioniert. Falls es nicht funktioniert, stellt das um und geht auf Netzwerk. Und hier bei mir, ich stelle hier immer die Netzwerkbrücke ein auf ENP0 S25. Hier könnt ihr einfach das auswählen. Da sollte es nur eins geben im Endeffekt. Nämlich euren Internetanschluss. Aber wichtig ist, dass ihr hier eine Netzwerkbrücke habt und den Namen auch auf irgendwas ändert, was nicht leer ist. Das sind die beiden Dinge, sonst habt ihr hier kein Internet und das hier verhindert sogar komplett den Start bei mir. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr hier auf Starten. Übrigens, hier unten hat es auch eine Beschreibung. Hier steht auch der Benutzername, Root und das Passwort T-O-O-R. Achtung, amerikanisches Keyboard-Layout. Wiu, 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 wiu. Ganz wichtig, dass ihr nicht irgendwie vergesst, dass ihr hier amerikanisches Keyboard-Layout habt. Ähm, das ist bei dem Benutzernamen, ist das nicht ganz so wichtig. Also ich bin jetzt hier einfach auf Starten gegangen. Aber das ist beim Benutzernamen und beim Einloggen ist das nicht wichtig. Aber wenn ihr nachher irgendwie versucht, irgendwas mit Y oder Z einzugeben, das ist sehr, sehr wichtig. Da werdet ihr nämlich immer das Y und das Z vertauschen müssen. Ebenso wie Bindestriche etc. Deswegen zeige ich euch das gleich noch kurz, wie ihr das umstellen könnt. Wundervoll, das könnt ihr sogar skalieren, so wie ihr das haben wollt. Also ihr könnt das live quasi hin und her ziehen. Das sieht dann erstmal kurz ein bisschen weird aus und dann funktioniert es wunderbar. So, Benutzernamen, wer hat aufgepasst, denkt nach. Und Passwort, das seht ihr jetzt nicht. Root, andersrum geschrieben, also T-O-O-R. So, und dann sind wir drin. Und wir haben ein Kali Linux. Und warten noch kurz, bis wir da sind. Ja, und da sind wir auch schon. Und das ist Kali. Herzlich willkommen, ihr habt es geschafft. Ihr musstet nichts installieren. Alles wurde für euch quasi schon gemacht, außer die Tastatur einzustellen. Und genau das wollen wir noch ganz kurz tun. Also die ersten Sachen, die ihr machen müsst sozusagen. Ihr geht hier auf Show Applications. Also ganz kurz, ganz kurze Einführung hier, was ihr bei Kali alles machen könnt. Ihr könnt unter Applications schon mal alles raussuchen, was man so zum Pentesten alles braucht. Also hier Information Gathering. Habt ihr Maltego. Ihr habt Nmap. Ihr habt Zenmap. Haufen Zeug, was ihr hier verwenden könnt. Vulnerability Analysis. Ich hab zu den meisten Tools tatsächlich Videos gemacht. Und es folgen immer mehr und immer, immer, immer mehr. Mehr Playlists und so weiter. Schaut auch vielleicht bei Patreon vorbei. Da sind immer ein paar mehr online als die, die ich hier schon freigegeben hab. Ihr braucht lang nicht all diese Tools dafür. Und vor allem braucht ihr sie nicht hier in den Applications. Das meiste werdet ihr sowieso über das Terminal machen. Und ihr seht auch gleich, wenn ich hier aufs Terminal klicke, ihr seid als Root angemeldet. Das bedeutet, ihr habt auch wirklich alle Rechte. Ihr braucht kein Sudo zu verwenden. Ihr könnt es natürlich, aber ihr müsst es nicht. Schaut euch bitte meine anderen Linux-Tutorials an. Da erkläre ich natürlich noch einiges mehr. Und vor allem auch die Pentesting-Tutorials, weil ich kann nicht alles hier in einem Video covern. Das geht einfach nicht. Und ja, was jetzt wichtig ist, hier unten auf Show Applications kriegt ihr hier alles einfach einmal rein. Und hier unten hat es Settings. Und Settings, da könnt ihr einiges einstellen. Ihr habt wahrscheinlich hier noch nicht alles soweit mal durchgeguckt. Nehme ich zumindest mal an. Das wäre auch ein bisschen seltsam. Aber was ihr hier braucht, ist Region and Language. Viele von euch werden wahrscheinlich die Sprache auf Deutsch stellen wollen. Kleiner Disclaimer hier. Die Tools bleiben auf Englisch. Die Tools sind immer auf Englisch, weil Englisch ist einfach die Sprache des Internets und des Pentestings damit auch. Das heißt, es macht nicht mal wirklich Sinn, hier die Sprache umzustellen, weil ihr werdet sowieso meistens, wie gesagt, in der Command Line arbeiten und die Tools können nicht umstellen. Okay. Aber was ihr machen könnt, ihr könnt hier bei den Input Sources, könnt ihr das Ding hier verändern. Und hier seht ihr auch gleich, wie das englische Keyboard Layout ist. Nämlich das Y ist hier und das Z ist da unten. Hier ist der Slash und das will man nicht. Man möchte ja schon seine Tastatur verwenden. Deswegen geht ihr hier auf, ich mach das nochmal kurz weg, auf Plus, um eine Quelle hinzuzufügen. Wählt ihr Germany aus und dann wählt ihr hier ganz normal German aus. Add Input Source. So, und jetzt könnt ihr hier das Ding einfach entfernen mit einem Minus und dann habt ihr nur noch die deutsche Source und dann ist alles toll und ihr könnt alles machen, ohne irgendwie auch nur einmal die Tastatur verwendet zu haben. Ihr könnt das wirklich per Klicken lösen, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Denn wenn ihr tippen müsst, okay, Settings hat kein Y und kein Z, aber glaubt mir, in der Command Line tippen, wenn ihr das falsche Keyboard Layout habt, ist eine Qual. Das geht gar nicht. So, jetzt können wir auch mal kurz das Ganze testen. Wenn ich hier auf Minus drücke, kommt auch ein Minus und das ist schon mal das perfekte Zeichen, dass alles so ist, wie es sein sollte. Das heißt, das können wir zumachen. Und dann solltet ihr als allererstes App-GetUpdate machen. Und das wird eine Weile dauern, vor allem bei mir. Okay, doch nicht. App-GetUpdate und App-GetUpgrade. Wenn ihr diesen wunderbaren Fehler bekommt, den ich jetzt auch gerade bekomme, dann heißt das, dass irgendwas im Hintergrund immer noch am Upgraden ist. Das heißt, irgendwas, was ihr gerade nicht oder irgendwas am sich installieren ist, was ihr gerade nicht im Griff habt. Was ihr dann machen könnt, ist als erstes mal ein bisschen warten und dann das Ding neu starten. Das geht hier oben. Und das ist das Einfachste. Das ist jetzt wirklich die Noob-freundliche Erklärung. Ja, ich weiß, die viele von euch werden keine Noobs mehr sein, aber das ist trotzdem die einfachste Erklärung. Einfach mal neu starten. Das heißt, hier oben auf den Bobble klicken. Restart und schon habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auszuführen. Und was ihr auch noch machen könnt, ist ein App-GetDistUpgrade. Das heißt, das könnt ihr, das ist, upgradeet quasi euer Kali Linux von der Version 2019.1 auf 2019.2, falls es sowas irgendwann mal geben wird. Gibt es natürlich jetzt aktuell nicht und ich bekomme hier auch den Fehler. Das heißt, neu starten, App-GetUpdate ausführen und dann App-GetUpgrade ausführen. Und falls ihr irgendwann mal merkt, oh, mein Linux ist irgendwie alt geworden, App-GetDistUpgrade. Oder neu runterladen, was auch funktioniert. Ihr solltet hier drauf sowieso keine persönlichen Dokumente oder sowas haben. Ihr solltet hier drauf wirklich nur Pentesting durchführen. Immerhin ist das eine virtuelle Maschine, die genau für diese Zwecke gemacht wurde. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Die sehr stark vereinfachte Variante für wirklich alle, das könnte meine Oma, glaube ich, machen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich euch zu sagen habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut euch meine anderen Videos an, lasst mir gerne Feedback da. Like-Button ist auch da und beantworten tue ich normalerweise auch Kommentare. Und was gibt es noch? Genau, abonnieren. Nicht vergessen, ne? Okay, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.